Das ist die noch drei Unterstützung für die Jungs bei der WM in Brasilien. Wir dachten, ihr könnt etwas mehr Support gebrauchen. Und wir heben hier am noch drei Performance Center für euch 130 Kilo mit der Deutschlandfahne. Michael wird das erledigen. Viel Spaß dabei, Michael. Go! Mach ich ein paar, oder? Mach ein paar. Wir können ja machen für jedes Kreuz eben ein Tor. Also Deutschland führt gerade 2-0. Mach mal ein 5-0 draus. Ein 5-0 draus. Drei. Vier. Sauber. Auf geht's, Jungs.